So, jetzt zeige ich euch mal ein Zimmer. Das ist so viele Personen, so viele auch Betten. Ich denke, das ist ein bisschen anders als deine. Ja, ein bisschen, ja. Aber alle, die mitte, sind das gleiche. Sie machen es einfach aus dem Gebäude. Also, begehbarer Schrank hat jedes Zimmer. Da ist ein Safe. Nur halt anders aufgeteilt. Aber es ist genau dasselbe, wie ihr sehen könnt. Das ist das Badezimmer. Sehr, sehr groß. Wir haben auch eine Dusche. WC. Ist alles gut. Man hat hier warmes Wasser den ganzen Tag ohne Ende. Badewanne auch super. Alles gut. Die Badetücher, die hat man im Zimmer schon. Die muss man halt, wenn sie dreckig sind, je nach Bedarf, einfach nur tauschen. Es gibt zwei Plätze, eins in den Pools, ja. Das eine ist in dem Pool und das andere ist am Strand und man kann sie tauschen. Die Terrassen sind wirklich überall so groß, bei den Familienzimmern. Ja. Oh, wow. Ja, klar. Wir haben nur diese zwei liegen nicht. Jedenfalls, die Kinder in der Küche sind, die ich bin. Aber es ist wirklich, es wäre ein beautiful. Und wir haben keine rückende Rücken? Wir haben eine rückende Rücken, weil das Rücken ein bisschen weit weg ist. Also es wird ein bisschen rückend, aber es wird ein rückende Rücken. Woher finde ich jetzt, dass man schon einen Meerblick hat, also reicht das Meer, also finde ich jetzt okay. Nein, die Terrassen sind alle so groß, bei uns auch, nur wir haben die zwei liegen nicht. Es ist nur auf der Terrasse das Rauchen erlaubt, also im gesamten Hotelgelände sind auch wirklich Orte, wo man rauchen darf und wo man nicht darf. Ja. Wenn einige Leute wollen eine Mini Bar machen, wie Kola oder so, dann können Sie auch extra-chargeieren. Das Gleiche kann man in der Runde haben, es ist auch extra-chargeiert. Sie haben nur eine spezielle Brücke, da gibt es in der Papier, wie viel Sie wollen, oder so. Sie werden es in einem Tag clean und bringen sie zurück zu Ihnen. Die gleichen Gäste können über die Tape machen und die Klaue machen, das ist für freie. Wir haben nicht die Hälfte, die Schäuhe, und wir haben nicht die Schäuhe. Das ist die gleichen Gäste mit Problemen, wie wir nicht haben. Aber wir haben, wenn jemand eine Teesbrüche braucht und das. Aber wenn wir die Gäste fragen, dann bringen wir es. Normalerweise haben wir nur Schäuhe, Schäuhe, und so. Das ist ganz normal. So soll es auch gehen.